ja es haben doch ein paar überlebt sind am schlüpfen und noch mal ein tipp das ist ja nur eine holzkiste und nehmt kauft keine pappröhrchen weil die fangen an und schimmeln wie man sieht man sieht es halt scheiße aber man muss wirklich schilfrohre kaufen macht zwar arbeit ohne ende aber lohnt sich die habe ich schon jahrelang und die dinger kann man die tonne treten